Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Also eigentlich will ich Ihnen ja was erzählen über die Entstehung von kosmischer Strahlung. Aber ich muss Ihnen zunächst mal sagen, als ich das vorbereitet habe, ein bisschen recherchiert habe, ist mir aufgefallen, es geht eigentlich um ein Problem, das die Klingonen haben, und es geht um kosmisches Pingpong. Jaja, doch. Also bei den Klingonen kann ich ja schon mal sagen, da ist ja das Problem, ich hatte das ja glaube ich schon mal in Alpha Centauri erzählt, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bewegt, dann wird ja die kosmische Hintergrundstrahlung, die überall ist, wird ja knüppelharte Gammastrahlung. Wie kann also ein Raumschiffpilot das überstehen? Nun, die Gammastrahlung, die ist ja sehr hart, würde den Piloten also töten, außerdem, weil er sich mit relativistischer Geschwindigkeit bewegt, wird die Gammastrahlung einen winzig kleinen Winkel in Vorwärtsrichtung auf den Piloten zu, das heißt, es würde ihn genau hier treffen. Und genau deswegen haben ja die Klingonen diese Schwarte hier oben, um diesen Effekt zu verhindern. Ja, also die Klingonen haben das Problem quasi gelöst. Davon wird zu sprechen sein, allerdings nicht für den Klingonen, sondern für die kosmische Strahlung und das kosmische Pingpong, das erkläre ich Ihnen gleich. Es geht in dieser Sendung um den Ursprung der kosmischen Strahlung. Wie und beziehungsweise wo entsteht die kosmische Strahlung? Das muss ich aufpassen, weil da ist ein Verdreher drin, man schreit nämlich gerne statt kosmisch komisch. Unter anderem auch deswegen, weil die kosmische Strahlung wirklich auch etwas komisches ist, denn sie heißt kosmische Strahlung, ist aber eigentlich keine Strahlung, sondern sie besteht aus Teilchen. Also normalerweise empfängt der Astronom elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Wellen in Form von, das ist ja Strahlung, klar. Diese Strahlung geht nur, um das schon mal festzuhalten, in einem Bereich bis ungefähr 10 hoch 13 Elektronvolt. Sagt Ihnen nichts, ne? Das ist eine Energieeinheit. Ein E-Volt, ein Elektronvolt, ist die Energie, die ein Elektron aufnimmt, wenn es eine Spannungsdifferenz von einem Volt durchläuft. Ein Elektronvolt entspricht ungefähr einer Frequenz von 10 hoch 14 Hertz. Das ist ganz viel, das ist ganz ordentlich. Und zu dem Bereich des sichtbaren Lichtes, das ist so, Elektronvolt ein bisschen weniger eigentlich. Und die kosmische Strahlung, also die richtige, die elektromagnetische Strahlung, die wir empfangen können mit Detektoren und so weiter, die geht bis in den Bereich von 10 hoch 13 Elektronvolt. Das ist also schon ziemlich viel. Das ist schon ganz ordentlich, 10 hoch 27 Hertz. Das ist ultraharte Gamma-Strahlung. Aber das ist ja immer noch Strahlung. Kosmische Strahlung hingegen, wir hatten ja schon mal eine Sendung darüber gemacht, was eigentlich kosmische Strahlung ist. Kosmische Strahlung sind vor allen Dingen schnelle Teilchen, ultraschnelle Teilchen, vor allen Dingen Protonen an der Atomkerne. Anderer gibt auch ein paar Elektronen dabei, aber vor allen Dingen sind es schwere Teilchen. Und die kosmische Strahlung, und darum muss es heute vor allen Dingen gehen, soll es gehen, nicht muss, aber soll es, die reicht bis 10 hoch 20 Elektronenvolt. Und das sind Teilchen. Sie, ich, wir alle auf diesem Planeten werden zur Zeit in jeder Sekunde von ungefähr 5 Teilchen getroffen, die oben in der Atmosphäre als Sekundärprozesse entstanden sind, weil die harte kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre donnert und dabei Sekundärteilchen erzeugt. Also es muss uns schon interessieren, woher die eigentlich kommt. Denn die kosmischen Teilchen sind aufgrund ihrer hohen Energie durchaus für biologisches Material, sagen wir mal, zumindest mutationsanregend, um es mal so zu sagen. Also die können Schäden anrichten im biologischen Material, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Hier soll eine rein astrophysikalische Frage gestellt werden, woher kommen Teilchen mit so wahnsinnig hohen Energien? 10 hoch 20 Elektronenvolt, das ist jenseits von Gut und Böse. Diese Teilchen, die haben eine Energie, die entspricht ungefähr der Energie eines Tennisballs beim Aufschlag. Da muss ich mir überlegen, ein Teilchen, ungeheuerliche Mengen an Energie. Diese Teilchen sind, also ich habe mir folgenden Satz überlegt, diese Teilchen sind Botschafter vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Das müssen sie auch sein. Denn wenn Sie sich mal überlegen, wir brauchen also, um ein Elektron auf ein E-Volt zu beschleunigen, eine Spannung von einem Volt. Wenn Sie jetzt Teilchen auf 10 hoch 20 Elektronenvolt beschleunigen wollen, würde das für Elektronen bedeuten, wir bräuchten 10 hoch 20 Volt. Das ist ja unmöglich. Was für eine Spannungsdifferenz soll denn das sein? Wo soll denn sowas herkommen? Und in der Tat, die kosmische Strahlung, die Ultra-High-Energy-Cosmic-Race, die ultrahohen Energien in der kosmischen Strahlung, das sind auch keine Elektronen, weil die Elektronen verlieren ja, sobald sie eine hohe Energie haben, schlagartig ihre Energie wieder. Sondern das sind wirklich Atomkerne. Und die haben aufgrund ihrer größeren Masse, haben die etwas schwächere Verlustprozesse. Aber sie haben Verlustprozesse. Und dann sind wir beim Klingonen-Problem. Das Klingonen-Problem, Sie erinnern sich, war die Sache, wenn man sich relativ zum Kosmos, also zur kosmischen Hintergrundstrahlung, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Was passiert? Nun, nehmen wir mal an, wir wären ein Proton. Also wir bewegen uns mit 10 hoch 20 Elektronenvolt durch die kosmische Strahlung durch. Das entspricht also dem 10 hoch 11-fachen der Ruhemasse des Protons. Das Proton ist also unglaublich schwer. Ja, das ist eine. Aber im Ruhesystem des Protons bewegt sich ja die Strahlung auf das Proton zu. Nur die Strahlung bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Frequenz der Strahlung um diesen Faktor 10 hoch 11 nach oben geschossen ist. Das bedeutet, das, was auf das Proton zukommt, ist ultraharte Gammastrahlung. Ultraharte Gammastrahlung wechselwirkend mit einem Proton und dabei werden Teilchen erzeugt. Teilchen- und Antiteilchenpaare. Das heißt, das Proton verliert, wenn es so hohe Energien hat, verliert das Proton beim Durchlaufen des intergalaktischen Mediums Energie. Jetzt beobachtet man aber Teilchen mit sehr, sehr hoher Energie, teilweise über 10 hoch 20 Elektronenvolt. Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Diese Teilchen, das habe ich Ihnen ja gar nicht erzählt, die können ja gar nicht aus der Milchstraße kommen. Wissen Sie warum? Na? Also, Protonen sind ja geladene Teilchen. Geladene Teilchen hängen am Magnetfeld. Das heißt, geladene Teilchen spiralieren ums Magnetfeld. Wir Physiker sprechen von Gyration. Können Sie sich merken? Gyros. Ja? Also das Drehende. Das hat was mit dem Drehen zu tun. Die gyrieren um das Magnetfeld herum. Der Gyrationsradius, also der Abstand des Teilchens von der Magnetfeldlinie, hängt nun a von der Stärke des Magnetfeldes ab. Umso stärker das Magnetfeld, umso kleiner ist der Gyrationsradius. Und natürlich von der Energie des Teilchens. Je höher die Energie des Teilchens, umso größer ist ein Gyrationsradius. Wenn also ein Teilchen eine so hohe Energie hat, wie diese 10 hoch 20 Elektronenvoltprotonen, dann ist der Gyrationsradius größer als die Milchstraße. Das heißt, man braucht einen Beschleuniger, der mindestens so groß ist wie die Milchstraße, eher noch größer. Ja? Dann kann nämlich das Teilchen beim Umkreisen um das Magnetfeld, spürt das Teilchen ein elektrisches Feld und wird dabei leicht beschleunigt. Wir brauchen also unglaublich große Beschleuniger, um solche Teilchen zu erklären. Das ist die eine Meinung übrigens. Die andere Meinung, da kommt am Ende der Sendung noch dazu, ist eine ganz andere. 10 hoch 20 Elektronenvolt, Ultra-High-Energy-Cosmic-Race, kommen also nicht aus der Milchstraße. Die müssen irgendwo ganz anders herkommen. Aber woher kommen sie?